Das sind die Strecken vom Ruhr-Drei-Brücken-Lauf in Dürren-Birgesedorf am 21.07.2012. Es herrscht Ruhe vor dem Sturm und hier an Stadt und Ziel geht es gleich los. Und die Mama muss schön mitlaufen, sonst klappt das nicht. Und der Hund läuft vor und der Ball ist interessanter jetzt. Mit Ball läuft das gar nicht. Der Start des 5 Kilometer Laufs. Der Start des 5 Kilometer Laufs. Der Start des 5 Kilometer Laufs. 3, 2, 1,5 Was? Letzter zum 10km Lauf Applaus 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 Das heißt, äh, ja, GD, war immer dabei, ne? Ja, ich schaue nicht. Ne, sehr gute Zeit. Das heißt, äh, ja, GD, war immer dabei, ne? Das heißt, äh, ja, GD, war immer dabei. Das heißt, äh, ja, GD, war immer dabei, ne? Das heißt, äh, ja, GD, war immer dabei, ne? Ja, 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 ja. Was? Papa! 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 Applaus Applaus Vielen Dank. 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 Vielen Dank.